Moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und Leute, ihr seht es schon am Titel, nämlich Simon, bist du bereit, einen Traum zu leben? Nämlich, wir werden heute einen Tag lang im Gaming-Zimmer verbringen. Wir sehen können, Fernseher, Insta, Controller, Stuhl und die Switch, Simon. Was sagst du dazu? Ich würde sagen, Simon, ja, hallo. Ja, mach mal. Jetzt pausieren wir mal, Simon. Simon, bist du gehypt? Ja. Wie ich sehe, du hast auch eine Maske, oder? Ja. Also Simon, sollen wir loslegen mit dem Zocken? Ja. Ich würde sagen, du fängst an zum Zocken, wie gesagt. Ja, Simon, wir sehen uns dann, wenn wir loszocken. Wui! Miaut, lasst ein Abo und ein Like da, sonst komme ich zu euch nach Hause und kratze euch ins Bein. Also abonniert. Wohin, Leute, habt ihr das gesehen? Miezi-Katze, kleine Baby-Katze hat uns angegriffen. Oh mein Gott, ihr müsst schnell abonnieren, sonst kratzt sie euch ins Gesicht. Simon, das ist schlimm, oder? Ja. Oh mein Gott, Leute, wie ich sehen kann, Fahrt mit ist gestartet. Und ich würde sagen, Simon, soll ich dich schon mal einladen? Jo. Simon, du musst gerade filmen. Okay, Leute. Mein Bruder ist jetzt in der Lobby. Noch nicht, aber jetzt. Hoi! Simon, wir sehen uns dann, glaube ich, mal in der ersten Runde. Hier ist Simon. Er ist auch schon hier angespannt. Simon, wie findest du es im Gaming-Zimmer? Was macht man für einen Modus? Ja, gut. Okay, let's go, Leute. Wir sehen uns dann in der Runde. Leute, wie ihr sehen könnt, ich habe hier meine Fortnite-Karten gerade separat hergetan. Mir ist gerade ziemlich langweilig. Mein Bruder geht gerade in die Runde. Er startet gleich. Simon, du bist schon ziemlich gehypt, oder? Ja. Er ist schon wirklich ziemlich gehypt. Ähm, Simon? Nur so eine Frage. Was machst du da gerade? Irgendwas. Ah, ja, ja. Er dreht den Skin und ist Hobby los. Leute, ich glaube, ich werde jetzt auch mal anfangen, eine Runde zu zocken. Weil irgendwann wird es mir auch langweilig, weil Simon zockt schon. Und ich zock noch nicht. Leute, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal in eine Runde erstmal rein. Wir sehen uns dann. Bidid. Bidid. Warum filmst du mich schon wieder? Ich muss hier, ich mag es hier entspannt zocken, Simon. Nee. Siehst du das nicht? Ich muss entspannt jetzt hier zocken. Ich bin jetzt endlich in meiner Runde, Simon. Ich habe keinen Bock. Echt jetzt? Warum hast du keinen Bock, Simon? Ich muss, ich bin halt mitten in der Runde. Leute. Wer sieht jetzt? Simon ist gerade in der Runde. Ich werde auf jeden Fall in Freezy Farm landen. Ich will mal ein bisschen auch spielen. Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall mal Freezy Farm landen. Hier hinten bei dem Haus. Darf ich weiter spielen? Sekunde. Ich werde jetzt mal hier landen. Ich würde sagen, Simon, warum liegt da deine Brille? Ja. Hier. Ich bin ein entspannter Johnny, Leute. Meine Brille. Das ist Simon seine Brille. Ich bin entspannter Typ. Okay. Darf ich. Ja, Simon zockt weiter. Macht gleich mal wieder Pause. Nein. Warum? Warum? Wie kann das geschehen? Das gibt es doch nicht. Leute. Darf ich jetzt mal was? Er sind alle? Zul 6. A-H-A-N. Ich bin auch da. Und tut ihn mal richtig abfacken. Macht mal ihn. Warum, Simon? Warum stirbst du auch? Äh. Das geht nicht. Äh. Ja, Leute. Ich glaube, ich beende jetzt auch das Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mir sehr über ein Abo und ein Like freuen. Wie gesagt, für euch sind es nur ein paar Sekunden. Aber für uns war es eigentlich fast ein ganzer Tag. Fast. Ein ganzer Tag wird schwierig. Aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like. Das würde mich mega freuen. Danke an die 74 Abonnenten. Würde ich mega cool. Und Simon, ich würde sagen, bis euch wieder. Ciao. 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 Bye. 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 Bye.